Einen wunderschönen guten Morgen. Heute bin ich mal nicht bei den Hirschen oder bei irgendwelchen anderen Größen und Tieren. Heute bin ich mal draußen zum Sonnenaufgang. Ich hoffe, das wird hier heute weiter. Es ist sehr neblig, aber naja, mal gucken. Ich lasse mich da einfach überraschen. Wie zu hören, ist hier schon mächtige Stimmung. Die Gänse machen ganz schön Theater. Die Sonne sollte eigentlich ein paar Minuten aufgehen. Ich werde sie nicht gleich sehen. Naja, abweiten. Die Sonne lässt sich hier noch nicht sehen. Aber ihr seht ja auch, wie trüb das noch ist. Und zack, sind sie weg. Da ist schon mal zu erkennen, wo die Sonne aufgehen wird. Und hier ist immer noch ordentlich Stimmung. Ein Foto habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Hat sich einfach noch nicht ergeben hier. Es ist einfach noch zu trüb. Aber ich werde hier noch eine Ball hier sitzen. Ja, und kaum darüber gesprochen, da lässt sie sich blicken. Ja, auch wenn es noch immer neblig ist. Aber die Lichtstimmung ist doch irgendwie recht cool. Tiere konnte ich bisher immer noch nicht fotografieren. Dazu ist es einfach noch zu trüb. So, die Gänse habt ihr ja gesehen, wie die gerade alle geflüchtet sind. Da bin ich aber nicht schuld. So, ich wollte eigentlich das hier gerade fotografieren. Die Sonne, beziehungsweise die Spinnenweben zu einer Sonne. Mal gucken, wie weit ich das angefangen kriege. Die Spinnenweben kriegt zwar nicht eingefangen hier, aber so das Büsch hier, das Zeug, das Grünzeug, oder wie man das auch immer nennen mag. Und das sieht schon ganz cool aus hier. Ja, das mit dem Gänsen, wie die gerade los hier stürmt sind, mehr oder weniger, das habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt ist hier aber völlige Ruhe. Ab und zu ploppt mal noch ein Fisch auf hier neben mir. Aber ansonsten ist hier momentan Ruhe. Ich werde hier noch ein kleines bisschen sitzen bleiben. Vielleicht erhebt sich ja noch irgendwas anderes. Und mein Kaffee, den ich immer dabei habe, wenn ich morgens unterwegs bin, der sucht noch nicht alle. Also von daher habe ich noch ein bisschen Zeit. So, von der Sonne habe ich hier noch. Da wird nicht mehr viel kommen jetzt. Jetzt habe ich gerade auf die große Brennweite gewechselt. Mal gucken, ob ich hier noch ein paar kleine Vögel eingefangen kriege. Hier neben mir ist eine Menge Schilf. Ich habe gesehen, dass da so einige Vögel landen. Mal gucken, ob ich da noch ein paar eingefangen kriege. Ihr werdet es ja dann sehen. Mal gucken. 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 Der Nebel, der hat jetzt noch mal ein bisschen angezogen. Vorhin konnte ich da hinten Häuserzeile sehen, die ist schon wieder weg. Ja, ein paar kleinere Vögel, die habe ich hier auch schon bekommen. Bin da nicht so der Vogel-Experte. Auf jeden Fall konnte ich schon welche einfangen. Na gut, das sollte für heute auch wieder gewesen sein. Oder auch nicht. Aber der ist gerade zu sehr im Busch drinne. Den krieg nicht. Der ist sehr versteckt im Schilf drinne. Na komm schon. So ist besser. Okay. Gut, dann war es das für heute. Ich danke euch, dass ihr wieder zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, meine Seite abonniert und die Glocke. Und dann bekommt ihr hin und wieder mal Infos zu neuen Videos. Alles klar. Denn einen schönen Tag euch. Und ciao. Und dann kommt ihr split. ます am Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018